hallo stockheim hallo glauburg hallo kultur halle stockheim ich freue mich riesig ich bin nämlich bald wieder bei euch am 5 november spiele ich meine zweite show in der kulturle stockheim und jetzt überlege ich gerade welche von all den perücken hier soll ich einpacken welche soll ich tragen wenn ich bei euch bin denn ich weiß ihr wartet ganz besonders von mir und ich habe mir ein paar schöne sachen für euch ausgedacht es wird ein großartiger abend mit viel improvisation mit viel comedy natürlich zauberei ein paar lebensweisheiten von mir ein insgesamt runder wundervoller abend mit dem besten publikum dass man sich wünschen kann denn ich weiß das seid ihr also wir sehen uns am 5 november in der kulturle stockheim bis dahin ich freue mich auf euch